Ein wunderschönen guten Abend an die Freunde der digitalen Unterhaltung hier draußen, denn es wieder heißt Wissenschaft fürs Wohnzimmer, wie immer präsentiert von den Avis for Future. Das ist eine Gruppe von Mitarbeitenden des Alfred-Wegner-Instituts im Bremerhaven, die sich für ein mehr an Wissenschaftskommunikation einsetzen. Mein Name ist Björn Suchow. Ich arbeite dort eigentlich in der marinen Bioökonomie daran, die Ernährung aus dem Meer von morgen so und nachhaltig wie nur möglich zu gestalten und freue mich sehr, heute den lieben Christian, den ich kennengelernt habe, über einen Podcast hier bei uns zu Gast zu haben. Wie immer bin ich nicht alleine da. Meine beiden lieben Kolleginnen werden sich ihm selber vorstellen. Hi, ich bin Julina. Ich bin auch am Abi tätig und ich sitze in der internationalen Zusammenarbeit. Das heißt, ich mache gar keine Naturwissenschaft, sondern ich bin eher für Kommunikation und International Relations zuständig. Ich freue mich deswegen umso mehr, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Falls euch die Session heute so gut gefällt wie uns, dann lasst gerne ein Like da. Und Antonia stellt sich auch noch mal kurz vor. Hallo auch meinerseits. Ich bin Antonia und ich bin auch am Abi tätig als PhD-Studentin aktuell und gucke mir an, wie so ganz kleine Mikroalgengemeinschaften in der Nordsee und in der Arktis vom Klimawandel betroffen sind. Wen das interessiert, ich habe darüber hier auch schon mal einen Vortrag gehalten. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und generell, wenn ihr das alles cool findet, abonniert gerne den Kanal. Und jetzt freue ich mich schon ganz, ganz doll auf den Vortrag von Christian. Ich bin ganz gespannt, was er zu sagen hat. So, ja, dann sage ich guten Abend allerseits. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ich sage noch mal kurz, warum ich überhaupt hier was sagen darf. Ich heiße Christian Stöcker. Ich arbeite an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und leite da einen Studiengang, der Digitale Kommunikation heißt. Deswegen wird es heute auch um die kommunikative Seite der Klimakrise bzw. der Verhinderung oder Verzögerung der Aktivitäten gegen die Klimakrise gehen. Ich bin eigentlich ursprünglich Psychologe. Ich habe also früher mal kognitionspsychologische Grundlagenforschung gemacht. Dann habe ich ziemlich lange als Journalist, vor allem als Wissenschaftler und Technik inzwischen auch als Kulturjournalist gearbeitet. Beim Spiegel habe da ein Ressort geleitet und als ich gegangen bin, um an der Hochschule diesen Studiengang aufzubauen, wurde ich aufgefordert, dann wenigstens eine Kolumne zu schreiben. Und das mache ich seitdem jeden Sonntag für den Spiegel. Der Rationalist ist der Kolumnentitel, ist also ein bisschen sozusagen der Blick auf die Welt durch die Brille des wissenschaftlichen Weltbildes. Und da geht es sehr oft ums Klima und auch sehr oft darum, worüber wir eigentlich viel zu wenig reden und warum wir zu viel über die falschen Dinge reden. Und darüber gibt es eine Arbeit, die nicht von mir ist, die ich aber so zentral finde, dass ich sie jetzt gerne mal vorstellen würde. Wir haben zwar tatsächlich im Moment auch an der HAW Hamburg mehrere Forschungsprojekte, die sich mit digitaler Desinformation auseinandersetzen und da geht es auch im Moment in einem Projekt gemeinsam mit dem Institut für Strategic Dialogue und dem Hans-Bredow-Institut gerade um Klimadesinformation. Aber die Ergebnisse sind noch nicht so weit, dass ich die jetzt öffentlich präsentieren würde. Aber ich glaube tatsächlich, das ist möglicherweise auch so speziell, dass das, was ich jetzt gerne erzählen möchte, für ein allgemeines Publikum eigentlich viel interessanter ist. Manche, die sich mit dem Thema Klimakrise schon intensiver beschäftigen, die kennen dieses Paper vielleicht schon, von dem ich jetzt gleich reden will. Also das ist der Titel hier, Klimaschmutzkommunikation, die kommunikativen Tricks der Verzögerer und wie man ihnen begegnet. Klimaschmutzkommunikation bezieht sich natürlich auf Klimaschmutzlobby, das sehr empfehlenswerte Buch von Annika Jörg und Susanne Götze über die verschiedenen Kräfte, nicht nur in diesem Land, die lange Zeit es geschafft haben, wirklich ernsthafte Klimapolitik und Klimaregulierung zu verhindern. Unter anderem auch ursprünglich natürlich mit der Methode der Desinformation. Darüber will ich jetzt nicht so viel sagen. Nur ein Zitat hier, was mir sehr gut gefällt von dem Widerphilosophen Hubert Schleichert. Dem Fanatiker muss man eigentlich sich selbst überlassen, aber wenn man versuchen, die Gefahr von ihm ausgeht zu verringern, gemeint ist, also wenn man jemandem begegnet, der tatsächlich im Jahr 2023, in dem sogar gerade eben bei der COP zum ersten Mal Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Emirate und alle anderen Petrostaaten öffentlich zugegeben haben, dass Öl und Gas das Problem sind. Wer jetzt noch die Klimakrise leugnet, mit dem ist wirklich nicht mehr zu helfen und mit dem sollte man eigentlich auch nicht mehr diskutieren. Das ist wirklich ein ernst gemeinter Ratschlag, weil man nämlich seine Energie dann sinnlos verschwendet. Außer, deswegen dieser Satz, außer es gibt ein Publikum. Wenn es ein Publikum gibt, dem der Klimawandelleugner womöglich mit den seltsamen Dingen, die er da erzählt, doch Zweifel einpflanzen könnte, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, mal kurz und hart zu kontern. Ansonsten ist es mit Klimawandelleugnern zu diskutieren, ebenso sinnlos wie mit anderen Verschwörungstheoretikern zu diskutieren. Die kriegt man nicht mit Argumenten zurück. Das braucht man sich nicht einzubilden. Aber die viel größere Problematik besteht inzwischen sowieso in einer ganz anderen Form von Argumentation. Hier ist mein, mein Lieblingsbeispiel aus der deutschen Politik ist dieser Herr, Frank Schäffler. Der ist sozusagen auch ein Beispiel dafür, wie sich die Art und Weise, wie Klimaschutz verzögert wird, kommunikativ verschoben hat. Dieser Text hier aus dem Handelsblatt ist aus dem Jahr 2014. Da hat Frank Schäffler, FDP-Abgeordneter, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass das Heizungsgesetz entkernt wurde zuletzt, diesen Gastbeitrag geschrieben mit dem Titel, mein Licht brennt, bis es wieder hell wird, wo man auch sagen muss, der muss wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Das ist natürlich auch teuer. Weniger Fleisch essen, Glühbirnenverbot, weniger in den Urlaub liegen und jetzt auch noch die Kaffeemaschine abschalten, die Kaffeemaschine über Nacht abschalten. Wer ist denn so doof, das zu machen? Wer schützt uns eigentlich vor den hohen Priestern der Klimareligion? Also Frank Schäffler, 2014 noch Vollblut-Klimawandel-Leugner. Jetzt, das ist ein Artikel aus der Zeit, aus dem Juni 2023. Selbstverständlich glaube er an den Klimawandel, sagt Frank Schäffler. Wie viel davon allerdings Menschen gemacht sei, das sei dann noch eine andere Frage. Also das ist immer noch bei einem gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der keiner rechtsextremen Partei angehört, manifeste Klimawandelskepsis im Sommer 2023. Also Frank Schäffler ist noch nicht ganz so weit wie Saudi-Arabien, sagen wir mal. Und jetzt kommt das Zitat, auf das ich hinaus will, unter den FDP-Abgeordneten, die es mit dem Klimawandel nach eigenem Kunden wirklich ernst meinen, herrscht bei manchen die Vermutung, Schäfflers aktuelle Strategie laufe auf Delay is the new denial hinaus. Und Delay is the new denial ist das, worüber ich jetzt gerne sprechen möchte. Das hier ist das wichtigste Paper, das jemals erschienen ist zum Thema Klimakommunikation aus meiner Sicht von William F. Lamb und Kollegen. Da sind einige dabei, die übrigens aus Deutschland stammen oder in Deutschland arbeiten. Giulio Matteoli zum Beispiel und Felix Kreuzig ist hier in Hamburg. Discourses of Climate Delay. Und diese Discourses of Climate Delay sieht man hier in der Abbildung rechts. Die sind unterteilt in so vier Grobkategorien. Redirect Responsibility, Surrender, Emphasize the Downsides, Push Non-Transformative Solutions. Und die sind dann wiederum aufgefächert in weitere Unterkategorien von allen möglichen Argumenten, die alle dazu dienen sollen, ernsthafte Klimapolitik und Regulierung zu verhindern. Das ist jetzt so ein bisschen dürr. Es gibt diese wunderschöne, grafisch hübsch aufgebreitete Version. Die kann man ganz leicht finden online. Gibt es in vielen verschiedenen Sprachen. Ist im Original nicht auf Englisch. Die ein Kartonist illustriert hat, wie Klimaschutz verzögert wird. Das sind im Prinzip die Kästchen, die hier in diesem Oval drin sind, hier nochmal als Karikaturen. Und ich gehe die jetzt einfach nur einmal durch. Wir gucken uns jede einzelne dieser Strategien an. Und ich zeige euch ein Beispiel dafür. Nummer eins. Unser CO2-Fußabdruck ist im Vergleich zu vernachlässigbar. Da unten steht am Sternchen China, USA, Indien und so weiter. Whataboutism ist die Kurzformel. Aber warum nicht die anderen? Warum sollen denn ausgerechnet wir? Also es ist völlig augenfällig, warum das Unsinn ist. Aus ganz vielen Gründen. Einer davon ist, wir sind nur ein Prozent der Weltbevölkerung, sind aber für zwei Prozent der Emissionen jetzt noch verantwortlich. Da kann schon mal was nicht stimmen. Noch wichtiger ist, wenn man sich die verbrennungsbedingten Emissionen anschaut, liegt Deutschland historisch kumuliert. Und das ist das, was relevant ist. Wie viel CO2 ist bereits in der Atmosphäre und wer ist daran schuld? Wer trägt Verantwortung dafür, dass es in Griechenland letzten Sommer sieben oder 800 Liter pro Quadratmeter in einem Tag geregnet hat? Platz eins China, Platz zwei USA, Platz drei, Platz drei, Platz eins USA kumulativ, Platz zwei China, Platz drei Russland, Platz vier Deutschland. Also wir sind auf Platz vier der Schuldigen für die aktuelle Misere. Aber das hält Leute wie Jens Spahn zum Beispiel nicht davon ab, tatsächlich immer noch dieses Argument zu bemühen. Denn das Weltklima werde nicht allein in Deutschland gerettet. Schließlich mache Deutschlands Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß gerade einmal zwei Prozent aus. Also wenn jemand das sagt, entgegnet, ja, sorry, aber historisch kumuliert liegen wir weltweit auf Platz vier, wir 80 Millionen. Punkt zwei, Individualismus. Letztlich ist jeder einzelne Verbraucher dafür verantwortlich, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Das muss man sagen, ist ein Klassiker der Ablängerungskommunikation, denn wir wissen viele Leute nicht, wer hat den persönlichen CO2-Fußabdruck, mit dem man Leute hervorragend dazu bringen kann, sich lieber gar nicht mit der Klimakrise zu beschäftigen, weil dann Schuldgefühle entstehen. Wer hat den populär gemacht? Das war der britische Energiekonzern BP. Ja, Know Your Carbon Footprint. Ich glaube, von ursprünglich stammt diese Kampagne von 2003. Also die Ölkonzerne haben schon vor 20 Jahren die Strategie entdeckt, ihre eigenen Gewinne für irrelevant zu erklären, aber das Verhalten der Einzelnen für zentral. Und völlig klar ist, also ich glaube, das wichtigste Argument gegen diese Position ist, es ist noch niemals in der Geschichte der Menschheit ein relevantes menschheitsumfassendes Problem gelöst worden durch individuelle Tugendhaftigkeit. So geht es nicht. Die Sklaverei wurde nicht abgeschafft, weil Sklavenhändler gesagt haben, wir hören jetzt mal auf, das ist irgendwie schmutzig, was wir hier machen. Das Ozonloch wurde nicht verhindert durch individuelle Kaufentscheidungen. Ich kaufe jetzt FCKW-freies Haarspray und der saure Regen wurde nicht beendet dadurch, dass Kraftwerksbetreiber selber Schwefelfilter in ihre Schlote eingebaut haben, sondern es musste durch Regulierung erzwungen werden und so weiter. Menschheitsprobleme löst man nicht mit Tugendhaftigkeit. Das geht nicht. Insofern ist das ein fieses, besonders psychologisch fieses Ablenkungsmanöver. Reduzierung von Emissionen wird uns schwächen. Die Trittbrettfahrer-Ausrede, andere haben keine wirkliche Absicht, ihre Emissionen zu reduzieren und werden dies ausnutzen. Also erstmal ist das nun mittlerweile offensichtlich Unsinn. Das beliebte Argument aber China, also es gibt kein Land auf dem Planeten Erde, das erneuerbare Energien in so einem gigantischen Tempo ausbaut wie China. China hat, glaube ich, im letzten Jahr mehr Solarkapazität zugebaut, als auf dem gesamten restlichen Planeten installiert ist. Der sieht dem sogar ein bisschen ähnlich hier. Der Mann hier auf dem Bild ist einer der größten Klimadesinformationswillens der Geschichte. Das ist Charles Koch oder Koch, dessen Unternehmen Koch Industries mit Öl und Gas handelt und Pipelines betreibt und Rappinerien betreibt und so weiter. Und Charles Koch ist einer der größten Finanziers von Klimawandel, Desinformation und Anti-Klimaschutzlobbyismus, die es gibt weltweit. Und Charles Koch hat zum Beispiel gesagt, so do we want to create a catastrophe today in the economy because of some speculation based on models that don't work, those are my questions. Das ist ein Zitat von 2015. Also die Behauptung, dass Klimamodelle nicht funktionieren, war 2015 schon eine offenkundige Lüge. Und der Charles Koch, der sich hier so große Sorgen über die Wirtschaft macht, verfügt im Moment über ein Privatvermögen von 57 Milliarden Dollar. Mittlerweile ist es so, dass nicht mehr die Republikaner mehr über den Klimawandel im Sinne von, wir wissen gar nicht, ob das stimmt, sprechen. Das ist auch den meisten republikanischen Politikern mittlerweile peinlich. Aber jetzt wird halt darüber gesprochen, dass es der Wirtschaft schaden wird, wenn Öl, Gas und Kohle abgeschafft werden. Das ist auch in Deutschland im Moment bekanntlich eine beliebte Position. Das ist übrigens auch deshalb falsch, weil es keine billigere Art der Energieerzeugung gibt als erneuerbare Energien. Dann das hier, der sieht so ein bisschen aus wie Elon Musk hier, dieser Junge. Wir sollten unsere Bemühungen auf aktuelle und zukünftige Technologien konzentrieren, die große Möglichkeiten zur Bewältigung des Klimameinens eröffnen werden. Die Partei dieser Position technologischer Optimismus, den brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja schon alles, was wir brauchen. Die Partei dieser Position ist in Deutschland die FDP, die immer wieder von Kernfusionen redet, beispielsweise Kernfusionen ist eine Technologie, die schon immer 30 Jahre in der Zukunft liegt, auch im Moment und wahrscheinlich auch in 10 Jahren. Also wir müssen aber in den nächsten 5 bis 8 Jahren unsere Emissionen dramatisch senken. Bis dahin gibt es auf gar keinen Fall Fusionsreaktoren. Es ist interessant auch, dieser Artikel ist aus der Welt, also im Prinzip dem Vereinsblatt des Fossilinvestors KKR und auch dem Haus- und Hochblatt der FDP. Und da steht drüber, die SPD ist dagegen. In dem Text steht dann, die SPD ist überhaupt nicht dagegen, Kernfusionen zu machen. Die SPD weiß nur, dass es nicht geht. Das ist das, was in dem Text steht. Auch die FDP weiß es, aber die FDP spricht immer gerne über Dinge, die man in ferner Zukunft tun könnte, damit man jetzt nichts tun muss. Dann, wir sind weltweit führend in der Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel verabschiedet und den Klimanotstand aufgerufen, nur Worte, keine Taten. Da ist die Klimakanzlerin sehr groß drin gewesen. Deutschland sei Vorreiter in der EU, hat sie mal gesagt. In Wirklichkeit hat Deutschland letztes Jahr wieder Millionen bezahlt, weil wir unsere eigenen Klimaziele nicht eingehalten haben. Also wir sind eben nicht Vorreiter. Aber wenn man immer ausreichend darüber spricht, dann glauben es die Leute irgendwann. Dann, Frustidebrennstoffe sind Teil der Lösung, ist auch eine ganz beliebte Position in Deutschland im vergangenen Jahr gewesen. Stichwort Heizen mit Wasserstoff. Also hier eine Zukunftsprognose. Nirgends auf der Welt wird in Zukunft mit Wasserstoff geheizt werden. Die Briten haben gerade ihr Modellprojekt zum Heizen mit reinem Wasserstoff wieder eingestellt. Und es ist eben einfach so, Wasserstoff ist knapp und teuer. Das deutsche Gasnetz kann in Wirklichkeit, auch wenn die Gasnetzbetreiber was anderes kaufen, behaupten, keinen Wasserstoff aushalten, weil Wasserstoffmoleküle sehr klein sind und Metall versprühen und andere Dinge. Es gibt auch keine Wasserstoffheizungen und eine H2-Ready-Wasserheizung, die mit 20 Prozent Wasserstoff im Volumen heizen könnte, heizt in Wirklichkeit zu 93 Prozent mit fossilem Gas, denn Wasserstoff hat eine sehr viel niedrigere Energiedichte als Methan. Also eine H2-Ready-Heizung, für die zum Beispiel Hubert Aiwanger immer intensiv wirbt, ist ein Feigenblatt. Mit dieser Argumentation wurde sehr viel Stimmung gegen Wärmepumpen gemacht, mit der Behauptung, es gäbe doch auch technische Alternativen, wie zum Beispiel Heizen mit Wasserstoff. Folge, das Heizungsgesetz wurde so entkernt, dass jetzt auch in Neubauten weiterhin Gasheizungen eingebaut werden dürfen. Und wer hat sich darüber gefreut? Nicht die Wasserstoffwirtschaft und natürlich schon gar nicht die freundetechnologische Lösungen für Klimaprobleme, sondern die deutsche Gaswirtschaft. Die hat sich sehr gefreut, dass sie mit dieser absurden Erzählung vom Wasserstoff als Heizmaterial ihr Absatzmarkt geschützt werden konnte. Dann Zuckerbrot, keine Peitsche. Die Gesellschaft wird nur auf unterstützende und freiwillige Politik reagieren. Restriktive Maßnahmen werden scheitern, sollten aufgegeben werden. Es gibt eine Menge von Evidenz, dass das falsch ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist in Deutschland die Gurtpflicht. Die Gurtpflicht hat damals wütende, für Autofahrer im Auto, hat damals wütende Proteste hervorgerufen. Es gab damals übrigens auch große Artikel, wie sehr das die Freiheit einschränkt, wenn man sich jetzt im Auto anschnallen muss. Es wurde dann per Gesetz erzwungen. Und seitdem ist die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland massiv zurückgegangen. Es gibt eben Dinge, die muss man regulieren. Typisches Beispiel, also Verbotspolitik, der ganze Terminus bezieht sich natürlich auf dieses Thema, was generell schon absurd ist, denn ein Verbot ist eben im Prinzip der Kern der meisten Gesetze. Also auch bei Rot über die Ampel gehen ist verboten und Steuern hinterziehen ist verboten und seinen Nachbarn umbringen ist verboten und viele andere Dinge. Ohne Verbote funktioniert eine demokratische Rechtsstaat nicht. Die AfD ist natürlich auch wahnsinnig gegen Verbote und Zwänge, Verbote, Planvorgaben und Strafen. Es gibt eben Dinge, die muss man verbieten, weil sie schädlich sind. Das ist hier die Hammer- und Sichel-Position. Klimamaßnahmen werden hohe Kosten verursachen. Die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft werden belastet werden. Soziale Gerechtigkeit als Vorwand. Da muss man sagen, hat die FDP gerade in Kuh gelandet, weil jetzt wird die CO2-Steuer, um den Haushalt zu retten, zwar erhöht. Es gibt aber weiterhin kein Klimageld. Das heißt, das wird wirklich Auswirkungen auf sozial Schwächere haben. Das muss man aber nicht so machen. Man kann auch Klimaschutzpolitik machen und zusätzliche Umverteilung. Man kann diese beiden Themen komplett unabhängig voneinander betrachten. Das hat aber zum Beispiel auch Sarah Wagenknecht nicht verstanden, die immer wieder sagt, wer Sprit, Strom und Öl verteuert, vertieft die soziale Spaltung. Das muss nicht stimmen. In dem Moment, in dem man den Leuten den Sprit teurer macht, die ihnen aber das Geld an anderer Stelle zurückgibt und ihnen so die Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden, und ob sie vielleicht doch lieber mit dem Bus fahren und damit Geld sparen, kann man diese sozialen Härten problemlos vollständig beseitigen. Dann, wir sollten nur perfekt ausgearbeitete Lösungen anstreben, die von allen betroffenen Parteien unterstützt werden. Andernfalls vergeuden wir die begrenzten Möglichkeiten der Umsetzung. Politischer Perfektionismus. Da muss man sagen, also die Frage ist, hat es in Deutschland schon jemals ein politisches Vorhaben gegeben, dem 100% der Bevölkerung zustimmen? Ich vermute nein. Aber bei diesem Thema, nur beim Thema Klima, fordert das sogar die SPD. Wenn wir nicht alle Menschen mitnehmen auf unserem Weg zur Klimaneutralität, drohen große gesellschaftliche Verwerfungen. Es gibt, also das wichtigste politische Thema der Gegenwart und Zukunft, ist das einzige Thema, bei dem auch eine sozialdemokratische Partei es wirklich ernsthaft anstrebt, 100% der Bevölkerung erst mal zu überzeugen, bevor man reguliert. Das finde ich bemerkenswert. Dann der Appell an das Wohlbefinden. Das wird ja alles sonst so schwierig. Fossile Brennstoffe werden für die Entwicklung benötigt. Wenn sie aufgegeben werden, werden die Ärmsten der Welt zur Not verurteilt. Und ihnen wird das Recht auf eine moderne Existenzgrundlage verweigert. Das ist so ein bisschen verwandt mit dem Thema davor. Ja, das wird die Ärmsten am härtesten treffen. Auch da ist Charles Koch, der Mann mit den 57 Milliarden Dollar, ganz weit vorne und sagt, this is going to disproportionately hurt the poor. Auf der anderen Seite ist Charles Koch, was weniger überraschen wird, mit seinem gewaltigen Lobbyapparat immerzu dabei, alles zu tun, um jede Form von Sozialfürsorge, Krankenversicherung, jede Form der Sozialpolitik massivst zu torpedieren. Also Charles Koch und andere, die diese Argumentation benutzen, sorgen sich immer nur dann um die Armen, wenn es um fossile Geschäftsmodelle geht. Dann alle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die wir ergreifen, sind nicht ausreichend und zu spät. Der katastrophale Klimawandel ist unvermeidlich. Wir sollten uns anpassen oder unser Schicksal in den Händen Gottes oder der Natur akzeptieren. Beliebte Position bei der AfD, die hier, das ist eine besonders ausgefeilte Wendung hier, Tino Chrupalla von der AfD, sieht erstens keinen direkten Zusammenhang der Hochwasserkatastrophe mit dem Klimawandel. Dann sagt der Fluten und Wetternotlagen sei nichts Neues, man müsse sich jetzt mit Maßnahmen besser daran anpassen. Also es gibt nicht mehr, aber wir müssen uns trotzdem besser daran anpassen. Also einerseits Klimawandel leugnen, auf der anderen Seite sagen, aber wenn es ihn gäbe, dann müsste man sich besser daran anpassen. Das Problem ist, wenn wir nichts gegen die Erderwärmung tun, dann wird es immer heißer. Und das Stichwort Kipppunkte ist vorhin in der Ankündigung schon gefallen, in einem nächsten Vortrag hier in der Reise, wo es immer geht, um Kipppunkte. Es gibt Sachen, die können wir uns einfach nicht erlauben, weil danach wird es immer schlimmer, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Denn es gibt bestimmte Prozesse, wenn wir die erstmal anstoßen, dann fallen die Dominosteine und dann können wir noch so viel CO2 einsparen. Wir müssen also rechtzeitig die Notbremse ziehen. Man kann sich, ist meine Lieblingskurzformel für diesen Punkt, man kann sich an eine immer weiter steigende globale Durchschnittstemperatur genauso wenig anpassen, wie man sich an immer weiter steigendes Fieber anpassen kann. Irgendwann stirbt man halt. Und das gilt auch für die menschliche Zivilisation. Jede Maßnahme zur wirksamen Reduzierung der Emissionen würde der heutigen Lebensweite oder der menschlichen Natur zuwiderlaufen und ist daher in einer demokratischen Gesellschaft unmöglich umzusetzen. Wandel ist unmöglich, sagt hier die verzweifelte Diva. Und auch solche Leute gibt es tatsächlich. Zum Beispiel James Lovelock, der wirklich lange Zeit ein blühender Klimaaktivist und Umweltaktivist war, sagt, Think that one possible solution is eco-authoritarianism. Es gibt auch mittlerweile einige Leute, die in dem ursprünglichen Club of Rome Grenzen des Wachstumsberichten mitgeschrieben haben, die auch sagen, Klimaschutz geht nur mit Diktatur. Ich halte das für vollkommen falsch. Es geht aber nicht mit Desinformation, sondern nur mit einer aufgeklärten und nicht mit einer desinformierten und absichtlich verdummten Öffentlichkeit. Anderes Beispiel hier aus der Berliner Zeitung, ein Gastvertrag von Jürgen Schiebert, kompletter Systemwechsel jetzt. Unser Autor wirft alle vermeintlichen Zwänge über Bord und legt da, was klimapolitische Not hätte und anderfalls bevorsteht, nämlich wir brauchen eine Öko-Diktatur. Das ist im Prinzip natürlich auch so ein Dreh, mit dem man dann wiederum die Leute den extremistischen Parteien in die Arme treibt, die sagen, wir machen lieber gar nichts. Oder es gibt gar kein Problem. So, hier nochmal alle im Überblick. Jetzt sind wir nämlich schon durch. Das waren die Discourses of Climate Delay. Wie gesagt, dieses Paper, ich glaube, das gibt es. Das ist Open Access. Das kann man sich jederzeit runterladen. Und wenn man Discourses of Climate Delay cartoon googelt, dann findet man diese Abbildungen, die man natürlich im Schulunterricht und sonst wo auch hervorragend verwenden kann, kann ich sehr empfehlen, weil das ist natürlich, ich habe das jetzt im rapiden Schnellvorlauf gemacht, aber man kann sich mit jedem dieser einzelnen Themen natürlich auch ein bisschen intensiver beschäftigen. Sie haben eins gemeinsam, sie sind alle falsch. So, damit höre ich jetzt erstmal auf. Vielen Dank. Vielen lieben Dank dir, Christian. Danke an euch fürs Zuhören. Sehr schön. Sehr spannend. Schön illustriert. Auch wenn du dich selbst gemalt hast. Fand ich es doch, ja, konnte man dem doch sehr gut folgen. Bevor wir euch, ihr da draußen noch eure Fragen an Christian zu seinen Themen oder zu den hier angesprochenen Themen habt, haut sie in den Chat und wir werden sie gleich stellen. Aber ich würde euch noch kurz vorstellen, was euch im kommenden Jahr erwartet. Und zwar ist das heute die letzte Folge für dieses Jahr. Und im kommenden Jahr kommt am 18.1., Donnerstag, den 18.1., die liebe Ricarda Winkelmann, ihres Zeichens Professorin für Klimasystemanalyse, in unser Wohnzimmer, aus ihrem Wohnzimmer und wird uns ein wenig über die eben auch schon angesprochenen Kipppunkte erzählen und die Diskussion rund darum und dazu. Und ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen, wenn es da heißt, Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Aber nun genug dazu. Wieder zurück ins Heute und jetzt, liebe Jonina. Haben wir denn im Chat schon die eine oder andere Frage erhalten? Ja, und zwar hat Supermommel direkt eine Frage gepostet. Und zwar möchte Supermommel gerne wissen, ob es im Ausland vielleicht irgendwo Vorbilder für sinnvolle Klimapolitik oder einzelne erfolgreiche Maßnahmen gibt, auf die man verweisen könnte. Ja, also ich würde sogar sagen, wir haben im Inland durchaus ein Beispiel für erfolgreiche Klimapolitik. Das ist auch, was ganz interessant ist an diesem ganzen Themenbereich ist, dass auch über die Erfolge in Klimapolitik wahnsinnig wenig bekannt ist. Die Leute haben alle das Gefühl, es funktioniert gar nichts, es passiert nichts und es gibt auch keine Lösungen. Und all das ist vollkommen falsch. Und ich glaube tatsächlich, Deutschland ist das Land, das mit nationaler Regulierung am meisten für die wichtigste positive Entwicklung getan hat, die es auf diesem Planeten im Moment gibt. Ich sage es nochmal langsam. Deutschland ist das Land, das mit Regulierung auf nationaler Ebene international den wichtigsten Effekt erzielt hat für eine positive Entwicklung im Bereich Klimapolitik. Und zwar mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz, das die Rot-Grüne-Koalition vor 20 Jahren ins Werk gesetzt hat, mit dem der Einbau von Photovoltaikanlagen subventioniert und gefördert wurde, was dazu geführt hat, dass es eine wahnsinnig wachsende Nachfrage nach Photovoltaik und entsprechender Technik gab. Das hat eine gigantische Marktbewegung in Gang gesetzt, vor allem in China, aber auch in anderen Regionen der Welt. Auch in Deutschland sind die Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien bis 2011 exponentiell gewachsen. 2011 haben im Bereich erneuerbare Energien in Deutschland 415.000 Menschen gearbeitet. Heute sind es über 100.000 weniger und das haben wir vor allem Herrn Rösler und Herrn Röttgen zu verdanken, von der FDP und der CDU, die damals 2011 entschieden haben, sie müssten jetzt mal marktwirtschaftlich gegensteuern gegen dieses rapide Wachstum im Bereich erneuerbare Energien. Das hat in Deutschland dann auch geklappt. Also die deutsche Solarindustrie ist mehr oder weniger sank und klanglos untergegangen innerhalb weniger Jahre. Das hat auch mit den massiven Subventionen in China zu tun, aber auch mit deutscher Regulierung. Peter Altmaier hat dann das gleiche ein paar Jahre später nochmal mit der deutschen Windenergiebranche gemacht. Aber anderswo ging es halt weiter. Und deswegen haben wir seit 20 Jahren weltweit exponentiell fallende Preise für Sonnen- und Windstrom. Deshalb sind Sonnen- und Windstrom weltweit jetzt die günstigsten Formen der Energieerzeugung, die es gibt. Das ist auch was, was ganz viele Leute nicht wissen. Wenn man so fragt, wie macht man den Strom am billigsten, sagen die Leute Atomkraft. Falscher könnte es nicht sein, Atomkraft ist extrem teuer, aber erneuerbare Energien sind extrem billig. Und das ist eine direkte Folge deutscher Regulierung. Noch eine Zahl in dem Zusammenhang, die viele Leute auch verblüfft, wenn sie zum ersten Mal hören. Im Jahr 2022 ist weltweit mehr Stromerzeugungskapazität zugebaut worden als je zuvor auf dem Planeten Erde. Also mehr Erzeugungskapazität weltweit als je zuvor. Und jetzt mal kurz raten, wie viel Prozent davon erneuerbar ist. Also Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Wasserkraftwerke, was es so alles gibt. Wie viel Prozent der zugebauten Energie im Jahr 2022 Kapazität ist erneuerbar? Das sind 80 Prozent. Also auch einen schönen Gruß an die Leute, die sagen, es gäbe eine Renaissance der Atomkraft. Es könnte falsch auch nicht sein. Wir haben im Moment einen unglaublichen globalen Siegeszug erneuerbarer Energien. Aber in Deutschland, und wir in Deutschland haben den ausgelöst, wirklich, nachweislich. Ich sage zum Beispiel der Economist, der des Ökoaktivismus unverdächtigt, das Zentralorgan des liberalen globalen Kapitalismus. Er sagt, dass die deutsche Regierung hat den exponentiellen Preisverfall ausgelöst. Aber in Deutschland weiß man das nicht. Ich finde es ganz skurril. Das ist auch, glaube ich, ein kommunikativer Erfolg, der viel mit diesen Discourses of Climate Delay zu tun hat. Noch eine Frage? Ja, ich habe tatsächlich persönlich auch noch eine Frage oder einige Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Das war super interessant. Das ist auch deshalb fand ich so spannend, weil man hat das ja alles schon mal gehört. Und es war irgendwie schön, das mal so systematisch aufgezeigt zu bekommen, was es da so für Strategien geht. Ich habe mich, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, gefragt. Am Anfang meintest du ja, dass man quasi Leuten, die jetzt schon zu Leugnern und Leugnerinnen geworden sind, nicht, also dass die verloren sind sozusagen. Was kann man denn machen, um präventiv zu handeln, dass die Menschen gar nicht erst an diesen Punkt kommen? Also weil, also ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die vielleicht, das ist vielleicht ja auch ein Spektrum, nicht, dass Leute nach und nach immer mehr diese Argumente annehmen. Hat man da irgendwelche Chancen, früh einzuschreiten? Oder an welchem Punkt kann man da vielleicht noch eingreifen? Ja, also ich glaube, mein wichtigstes, also es gibt, der Hubert Schleichert hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie man mit Fanatikern redet, ohne den Verstand zu verlieren. Das kann ich sehr empfehlen. Aus dem ist auch der Satz, den ich da am Anfang zitiert habe. Dieses Buch, da geht es überhaupt nicht um die Klimakrise, sondern geht es eigentlich um religiösen Fanatismus. Aber alles, was da an Dekonstruktion von Scheinargumenten erklärt ist, lässt sich eins zu eins auch auf das Thema Klimakrise anwenden. Und der Untertitel dieses Buches ist eine Anleitung zur subversiven Argumentation. Und mit subversiv meint er, man entkräftet die Scheinargumente des Gegners, indem man ihn mit Fakten konfrontiert. Und sehr effektiv aus meiner Sicht sind da, ist da sowas wie Metafakten. Also wenn jetzt jemand kommt, der sagt, die Wissenschaft ist sich ja immer noch nicht sicher, ob das überhaupt alles so stimmt. Also erstens ist das nachweislich Unsinn. Es gibt praktisch keine ernstzunehmenden, brauche ich euch nicht zu erzählen, Klimaforscher auf diesem Planeten, die die Klimakrise anzweifeln. Es gibt ein paar Irre und es gibt ein paar Leute, die das beruflich machen, schon seit 40 Jahren. Es gibt auch ein paar, die haben tatsächlich zuerst behauptet, dass Rauch nicht schädlich ist. Dann haben sie behauptet, dass Asbest nicht schädlich ist. Die gleichen Leute, dann haben sie behauptet, dass der saure Regen keine Schäden anrichtet. Dann haben sie behauptet, dass es kein Ozonloch gibt. Dann haben sie behauptet, dass es keine Klimakrise gibt. Das sind immer die gleichen Leute. Fred Singer zum Beispiel, ein Physiker, der viele Jahrzehnte lang in den Diensten der amerikanischen verschiedenen Industrien sozusagen immer wieder behauptet hat, den Konsens in der Wissenschaft in Zeichen gezogen hat. Also das ist das eine, was man sagen muss, ihr seid konfrontiert mit einer seit Jahrzehnten laufenden Desinformationskampagne. Wichtiger ist das andere Argument, also das ist, glaube ich, jetzt nochmal stärker geworden nach dieser COP28. Wer jetzt noch glaubt, dass die Klimakrise eine Erfindung ist, der ist ein Vollblutverschwörungstheoretiker, der an eine Verschwörung glaubt, der 196 Staaten und der Papst und Xi Jinping und Mohammed bin Salman und der Chef von VW und jeder Lenker eines Ölkonzerns angehören. Denn niemand, niemand von diesen Leuten zweifelt noch an, dass es eine menschengemachte Klimakrise gibt und dass dagegen was getan werden muss. Also das wäre die krasseste Verschwörung, die es überhaupt gibt, bei der all diese Leute, Organisationen, Unternehmen und Länder unter einer Decke stecken, um aus welchem Grund auch immer das eigene Geschäftsmodell zu zerstören. Also das ist so aberwitzig, wenn man es einmal so ausspricht, da muss man dann schon sehr stark motiviert sein, wenn man diese Position weiter vertreten will, aus meiner Sicht. So, lieben Dank dir auch für die Antwort, auch nochmal von Supermommel für die erste Frage ein Dankeschön für die ausführliche Antwort, da hat sich jemand sehr gefreut. Wir kriegen eine Frage diesmal nicht aus dem Wohnzimmer, sondern vom Dachboden. Wenn man sich einen Dachboden fragt, könnt ihr, also in diesem Fall du vielleicht, aber welcher Energieträger übernimmt dann bitte die Grundlast? Ja. Argument entkräften. Also das ist jetzt eine lange Antwort, aber die, und die ist ein bisschen komplizierter, aber also erstmal, ich glaube, dass dieser Begriff Grundlast mittlerweile auch schon so eine Art Propaganda-Begriff ist. Ja, kannst du es kurz umreißen, was damit gemeint ist? Genau, also die Grundlast heißt ja sozusagen, es gibt irgendwie so einen Stromverbrauch, der ist immer da und für den muss auch immer Strom da sein. Und der Begriff ist natürlich verwandt mit den beiden Begriffen Flatterstrom für erneuerbare Energien und Dunkelflaute, also das ist immer das Menethekel, also was ist denn, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Also erstmal ist es so, die meisten Leute wissen nicht, wie viel Prozent des deutschen Stromverbrauchs im Moment erneuerbar abgedeckt ist. Es ist übrigens lustigerweise die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die seit vielen Jahren Antiklimapolitik macht, hat mal irgendwann behauptet, mehr als vier Prozent erneuerbarer Strom im deutschen Netz sei absolut unmöglich, dann bricht das Stromnetz zusammen. Im Jahr 2023 hat Deutschland 60 Prozent seines gesamten Stromverbrauchs erneuerbar bestritten aus eigener und importierter erneuerbarer Energie. Also das heißt, das geht schon ein bisschen mehr als vier Prozent. Tatsächlich ist es so, die Fachleute sagen, das Erste, was wir jetzt mal machen müssen, ist weiter erneuerbare Energien ausbauen. Bis 80 Prozent erneuerbare Energien im Netz ist das sowieso überhaupt kein Thema. Es gibt wenige Tage im Jahr, in denen es tatsächlich in Deutschland nicht genügend erneuerbare Energie gäbe, wenn der Ausbau weit genug fortgeschritten ist, um die Last abzudecken. Aber erstens haben wir einen europäischen Strommarkt und andere Länder, aus denen wir Strom importieren können. Wir haben jede Menge Nachbarn, die auch Strom produzieren und zum Beispiel Dänemark, wo unter Umständen der Wind weht, wenn der in Deutschland nicht weht. Oder wenn man die entsprechenden Trassen baut, kann man auch Strom aus dem sonnigen Solarstrom aus dem sonnigen Süden importieren und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt schon einen europäischen Stromverbundmarkt und der ist ein großer Schatz. Der ist lustigerweise auch so in propagandistischer Absicht, ist der so richtig schlecht gemacht worden dieses Jahr. Wir müssen jetzt Strom importieren. Bei jeder anderen Sache, die wir importieren, juckt es keinen Menschen, ob wir was importieren. Wir importieren auch Turnschuhe, T-Shirts, Hosen und vor allem importieren wir natürlich das gesamte Öl, mit dem wir unsere Autos durch die Gegend fahren lassen. Und natürlich haben wir auch den Uran für unsere Atomkraftwerke nicht bei Oma Erna im Garten ausgebuddelt, sondern der kam aus Russland oder Niger. Also wir importieren praktisch alles außer Kohle, was wir brauchen zur Energieerzeugung in diesem Land. Nur bei Strom gibt es da irgendwie Vorbehalte. Also man kann Strom importieren aus Regionen in Europa, in denen halt in dem Moment dann doch der Wind weht oder die Sonne scheint oder was auch immer. Und dann muss man natürlich irgendwann den erneuerbaren Strom speichern. Da kommt man nicht drum rum. Das kann man jetzt schon. Es ist tatsächlich jetzt schon so, sagt die amerikanische Investmentbank Lazar, die jedes Jahr den Levelized Cost of Energy für verschiedene Energieträger ausrechnet. Also eine Investmentbank, die jetzt auch des Ökoaktivismus eher unverdächtig ist. Und die sagt also Levelized Cost of Energy für erneuerbare Kraftwerke plus Kurzzeitspeicher, die für, wenn ein paar Stunden lang mal der erneuerbare Input nicht ausreicht, sozusagen die Last vollständig ausgleichen können. Auch das, also mit großen Akkus, das sind im Endeffekt Batterien, die dann da verbaut werden. Selbst das ist billiger als ein Gas-Peak-Kraftwerk. Denn Gas ist für diese Ausfallsituation im Moment die beste Alternative. Weil ein Gaskraftwerk kann man relativ schnell hochfahren und schnell wieder runterfahren. Anders als ein Atomkraftwerk übrigens. Deswegen ist ein Atomkraftwerk eine total schlechte Ergänzung zu einem Stromsystem, das überwiegend auf erneuerbaren Energien basiert. Weil ein Atomkraftwerk kann man nicht mal eben an- und wieder ausmachen. Das geht mit so Brennstäben eher schlecht. Man kann die ein bisschen hoch und runter regeln, aber es ist was ganz anderes als bei so einem Gaskraftwerk. Das heißt, man lässt dann so ein Atomkraftwerk das ganze Jahr laufen für die zwei Wochen im Jahr, in denen man es eigentlich mal bräuchte. Das ist nicht besonders effizient. Das Atomkraftwerk Hinkley Point, das neueste in Europa, das gerade gebaut wird, in Großbritannien, ist, glaube ich, im Moment sieben Jahre über eigentlich geplanter Bauzeit und kostet aktuell knapp 40 Milliarden Euro. Das ist eher eine teure Art, zwei Monate im Jahr Strom zu produzieren, zwei Wochen im Jahr Strom zu produzieren, den man braucht. Was man aber machen kann, ist, man kann Elektrolyseure aufstellen und mit dem überschüssigen Sonnen- und Windstrom, den man eines Tages in Hülle und Fülle haben wird, Wasserstoff produzieren. Und Wasserstoff kann man hervorragend in Gaskraftwerken verheizen. Nicht so gut im Keller, das habe ich vorhin gesagt, das ist Quatsch. Aber ein Kraftwerk kann man sehr gut mit Wasserstoff betreiben. Also ein wasserstoffbetriebenes Kraftwerk mit Wasserstoff, den man mit überschüssigem Erneuerorganen Strom betreibt, ist ein relativ wahrscheinliches Speicherszenario. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere Speichertechnologien. Also man kann Dinge erwärmen, die man dann anschließend benutzt, um Wasser zu erhitzen und dann mit Turbinen zu betreiben. Man kann, das Schweizer Unternehmen Energy World, man baut diese Dinger, wo Betonklötze hochgezogen werden, wenn viel Strom da ist und dann werden sie wieder runtergelassen, wenn wenig Strom da ist und die drehen eine Spule und das erzeugt Strom. Es gibt ein italienisches Unternehmen, die bauen sowas zu Dinger, die sehen also ähnlich aus wie diese Gaskessel, die immer so hoch und runter gehen, je nachdem wie der Füllstand ist. Es ist aber kein Gas drin, sondern da ist flüssiges CO2 drin und dieses flüssige CO2 wird erwärmt, wenn viel Strom da ist. Also die Energie wird in Form von Wärme in diesem flüssigen CO2 gespeichert und kann dann wieder entnommen werden, wenn man den Strom braucht etc. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch über längere Zeiträume hinweg, erneuerbaren Strom zu speichern. Wir wissen auch, wie das geht. Wir müssen es halt bauen. Wir müssen in Deutschland zum Beispiel wirklich schnell ziemlich viele Gaskraftwerke bauen, die dann umrüstbar sind auf Betrieb mit Wasserstoff. Diesen Wasserstoff können wir unter Umständen, wenn wir nicht schnell genug genügend davon selbst produzieren, auch importieren. Beziehungsweise vielleicht kann man den auch in einen anderen Brennstoff verwandeln und den dann importieren, wie auch immer. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Strom zu speichern, auch über längere Zeiträume. Es wird immer so getan, als ginge das nicht. Aber die Leute, die so tun, als ginge das nicht, sind die gleichen Leute, die sagen, wir machen das dann mit Kernfusion. Und das sagt relativ viel. Also das hat auch viel mit diesen Discourses of Climate Delay zu tun. Bekannte, funktionierende Lösungen werden als unmöglich dargestellt, während man tatsächlich unmögliche Lösungen als Hoffnungsstreifen am Horizont darstellt. Danke dir, Christian. Damit hast du auch schon zwei weitere Fragen im Chat mit beantwortet. Der liebe Besenkopf bedankt sich zumindest, dass seine Nachfrage nach Gaskraftwerken jetzt in Teilen dann auch beantwortet ist. Und Dana, er hatte auch nochmal sich zur Atomkraft hier geäußert. Aber ich glaube, das ist hinreichend. Ich hoffe, an euch da draußen, das reicht euch. Eine Antwort beantwortet. Damit, Julina, hast du noch eine Frage? Ja, auf jeden Fall. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für das Beantworten von den Fragen jetzt am Ende. Es ist super spannend, das alles noch ein bisschen ausführlicher zu hören. Antonia hat ja schon den Anfang deiner Präsentation angesprochen vorhin. Und im zweiten Schritt hast du ja gesagt, dass man Klimaleugnern nur begegnen sollte, wenn ein Publikum vorhanden ist. Hast du denn irgendwelche Tipps, wie man diesen Kritikern gegenüber tritt, wenn das Publikum bereits auch schon eher zu deren Meinung tendiert? Ja. Ich glaube, das wäre die erste Frage, die ich stellen würde. Dann das Zweite. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was auch vielen Leuten wirklich nicht klar ist. Es gibt eine Studie, eine wissenschaftlich publizierte Studie. Übrigens, der Grund, warum ich hier so aus dem Vollen schöpfe, den müssen wir mal kurz im Werbeblock einschieben, und sozusagen mit Zahlen, Fakten und Studien aus den vergangenen 15 Jahren argumentieren kann, ist, dass ich gerade ein Buch zu Ende geschrieben habe, das Männer, die die Welt verbrennen heißt und im März auf den Markt kommt und wo das alles einmal mit einem 660 Punkte umfassenden Quellenapparat nachzulesen ist, auf schlanken 200 Seiten. Aber eine wichtige Studie, die in diesem Buch natürlich auch vorkommt, ist, nur die Öl- und Gaskonzerne und Staaten haben seit 1970, und das basiert auf Zahlen von der Weltbank, das ist jetzt auch wieder nicht Greenpeace oder so, sondern das ist ein Energieökonom aus den Niederlanden, der oft mit Zahlen von der Weltbank gearbeitet hat, das ist eine wissenschaftlich publizierte Peer-Review-Studie, der zufolge die Öl- und Gaskonzerne seit 1970 pro Jahr ungefähr eine Billion Dollar Gewinn gemacht haben. Gewinn, nicht Umsatz. Das heißt ungefähr 3 Milliarden Dollar Gewinn am Tag, jeden Tag, seit 50 Jahren, 365 Tage im Jahr. Das ist die Größenordnung, mit der wir es hier zu tun haben. Da kann man jetzt mal vorsichtig fragen, die Behauptung, dass die Klimaforscherinnen und Forscher, die jetzt seit vielen Jahren sagen, wir haben da ein Problem, wir wissen, woran es liegt, wir kennen alle Mechanismen, wir sehen es in Eisbohrkernen, wir sehen es im Meer, wir sehen es in der Luft, wir können es an geologischen Prozessen nachweisen etc. Es gibt eine Vielzahl von Evidenz dafür, dass es so ist. Die stehen auf der einen Seite und denen wird vorgeworfen, dass sie aus irgendwelchen Gründen eine Lügengeschichte erfunden haben. Während auf der anderen Seite diese Leute stehen, die 3 Milliarden Dollar am Tag verdienen und von denen wir mittlerweile wissen, nachweislich, dass die das seit 1980 spätestens wissen, dass es so ist. Es gibt Studien von Exxon, in denen drinsteht, CO2 heizt die Atmosphäre auf. Wer von den beiden hat wohl eher die Wahrheit gesagt? Dazu kommt noch eine andere Zahl, die auch total erschütternd ist. Und auch die ist jetzt nicht von Greenpeace oder Fridays for Future, sondern vom Internationalen Währungsfonds. Fossile Brennstoffe werden weltweit seit vielen Jahren massiv subventioniert. Sowohl direkt als auch indirekt. Indirekt ist dann im Zweifelsfall gemeint, es werden Schäden nicht eingepreist. Also das Umweltbundesamt sagt im Moment, eine Tonne CO2 verursacht 806 Euro Schaden. So hoch müsste also der CO2-Preis eigentlich sein. Beispiel Ahrtal-Katastrophe, 30 Milliarden, das ist Geld, das hat uns der Klimawandel gekostet. Und abgesehen davon auch Menschenleben. Dieses Jahr waren es sehr viele Menschenleben weltweit. Und die Anzahl der Extremwetter-Katastrophen dieses Jahr, man hat völlig den Überblick verloren. Extreme Überschwemmungen in Slowenien, in der Schweiz, in Spanien, in Frankreich, in Griechenland, in Libyen sind 10.000 bis 15.000 Leute gestorben innerhalb einer einzigen Nacht. Also das sind alles klimabedingte Extremwetter-Katastrophen, die einem gigantische Schäden verursachen. Die müsste man natürlich eigentlich einpreisen. So rabiat, wie man das eigentlich tun müsste, hat der Internationale Währungsfonds das gar nicht getan. Aber der Internationale Währungsfonds sagt, direkte und indirekte Subventionen für fossile Brennstoffe im Jahr 2022 summieren sich auf 7 Billionen Dollar. Also Billionen heißt, 1000 Milliarden. 7.000 Milliarden Dollar Subventionen für eine Branche, die eine Billion Dollar pro Jahr Gewinn macht. Also das heißt, das ist so, wie wenn, mit dieser Art von Subventionierung kann ich auch schimmliges Brot verkaufen. Wenn ich für jeden Euro-Gewinn erstmal 7 Euro von Steuerzahlern eingesammelt habe. Das sind die Größenordnungen, mit denen wir es da zu tun haben. Und das sind natürlich auch Größenordnungen, die es ermöglicht haben, Desinformationskampagnen zu fahren, Lobbyorganisationen zu gründen, Politik zu beeinflussen, Politikerinnen und Politiker zu kaufen. Auch das ist natürlich passiert, auf die eine oder andere Art und Weise. Also wir denken jetzt mal an den ehemaligen Kanzler, der jetzt für einen russischen Granzkonzern arbeitet. Ein schönes Beispiel für mich ist auch der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen, Stanislav Tillich, war der Vorsitzende der Kohlekommission, die den Kohleausstieg zwischen den deutschen Kohlekonzernen und der Bundesregierung verhandelt hat. Stanislav Tillich, jetzt ist Stanislav Tillich der Aufsichtsratsvorsitzende von LEAG, dem ostdeutschen Braunkohlekonzern. Also es gibt vielfältige Wege für diese Branchen, die mit diesen fossilen Brennstoffen so viel Geld verdient haben über all die Jahre, ein Umfeld zu schaffen, das ihre Geschäftsmodelle schützt. Ich glaube, dass das den meisten Leuten das Ausmaß dieser Beeinflussung immer noch nicht klar ist. Das ist auch tatsächlich so, das Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, geht los mit dem Satz, für Leute, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, wird viel, was auf den kommenden Seiten zu lesen ist, wie eine Verschwörungstheorie klingen. Aber das ist leider wahr und das ist auch nachweisbar. Habe ich die Frage beantwortet? Ich weiß nicht, ob ich jetzt drumherum geredet habe. Aber ich sage mal, es gibt, glaube ich, keine kurze Antwort auf die Frage, wie begegne ich jemandem, dem das Publikum glaubt. Aber ich sage mal, wenn man gut vorbereitet ist, hat man einfach die besseren Argumente auf seiner Seite. Weil das eine sind Fakten und das andere ist Blödsinn. Ja, danke. Mega spannend auch wieder. Ich habe auch noch eine Frage tatsächlich. Du hast das ja schon ein paar Mal durchklingen lassen. Wir hatten vorher auch kurz darüber geredet. Wie lassen sich denn diese ganzen Denial-Strategien jetzt anhand der COP zum Beispiel auch beobachten? Kann man da ähnliche Phänomene aufzeigen? Ja, also machen wir mal. Mein Lieblingsbeispiel ist im Moment, auch da übrigens lustigerweise, die OPEC im Einklang mit der FDP, die Stichwörter Carbon Capture and Storage, also CCS und Direct Air Capture, also DAC. Also die Behauptung, wir entweder, wir fangen das CO2 da ein, wo es entsteht, am Schornstein des Kohlekraftwerks beispielsweise, oder wir bauen Riesenstaubsauger und holen das CO2 anschließend einfach wieder aus der Atmosphäre. Das klingt erstmal total schön. Ja, das ist ja super. Lass uns das einfach so machen. Wir holen das CO2 wieder aus der Luft. Dann können wir weitermachen wie bisher. Das Dumme ist, dass das bereits seit Jahrzehnten versucht wird und einfach immer noch überhaupt nicht funktioniert. Und drei Viertel der Carbon Capture and Storage Projekte werden wieder eingestellt wegen Unwirtschaftlichkeit. Und die meisten, die es tatsächlich gibt, werden betrieben von Ölkonzernen, weil die Ölkonzerne mit dem dann eingefangenen und verflüssigten CO2 was ganz Besonderes machen, was sie Enhanced Oil Recovery nennen, sie pumpen das nämlich in so einer Fracking-artigen Methode in Ritzen tief im Boden, um Öl und Gas damit rauszudrücken. Also das eingefangene CO2 wird benutzt, um noch mehr Roh-CO2 zu fördern. Das ist die Realität. Das ist die Realität von Carbon Capture and Storage. Und die Realität von Direct Air Capture ist, es gibt also das im Moment erfolgreichste Unternehmen in diesem Bereich, das eine Pilotanlage namens Orca auf Island betreibt. Da stehen wirklich solche Riesenventilatoren und da sind dann irgendwelche chemischen Substanzen drin, an denen das CO2 kleben bleibt. Grob vereinfacht. Da gibt es auch Unternehmen, die da tatsächlich Carbon Credits kaufen, also sie sagen, wir geben euch Geld, damit ihr da das CO2 aus der Luft holt und das verrechnen wir dann mit unserer CO2-Bilanz. Aber das ist ziemlich teuer. Das kostet nämlich im Moment 1.000 Dollar pro Tonne. Eine Tonne CO2 mit Direct Air Capture aus der Luft zu holen, kostet im Moment 1.000 Dollar. Unglücklicherweise, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die CO2-Emissionen der Menschheit, wenn man nur diesen Preis einfach mal angenommen, man könnte so viele von diesen Riesenventilatoren bauen und die betreiben, dann würden die aktuellen Jahresemissionen der Menschheit mit Direct Air Capture wieder einzufangen, würde 37 Billionen Dollar kosten. Also ungefähr neunmal das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Jedes Jahr. Aber selbst wenn das finanzierbar wäre, würde es trotzdem nicht gehen, weil die Energie, die man dafür bräuchte, wäre mehr als der gesamte Planet Erde im Augenblick verbraucht. Aber trotzdem sind Sultan al-Jaba und andere und leider jetzt auch gerade wieder zwei Energiepolitiker von der FDP laufen durch die Welt mit der Behauptung, das ist die Lösung für unser Problem. Tatsächlich ist es so, dass auch die internationale Energieagentur, die IEA, die mittlerweile sehr pro erneuerbare Energien ist, und auch der IPCC, und das ist durchaus eher beunruhigend, also der Weltklimarat, planen Direct Air Capture und Carbon Capture and Storage in ihren Modellen für die fernere Zukunft ein, weil wir sonst gar keine Chance mehr haben, unsere Ziele überhaupt noch zu erreichen. Die werden aber explizit nur eingeplant für Bereiche, in denen es wirklich gar nicht anders geht. Das Wichtigste und vor allem das Einfachste und vor allem das Billigste ist es, das CO2 gar nicht erst zu emittieren. Und man muss jetzt mal diese zwei Dinge zusammendenken. Also es gibt keine billigere Methode Strom zu erzeugen als mit Sonne und Wind. Fakt. Und es gibt keine teurere Methode CO2 loszuwerden als Direct Air Capture. Da kann man sich jetzt überlegen, was von den beiden findet man im Moment attraktiver als Lösungsweg. Und die Tatsache, dass darüber so viel gesprochen wird, ist, das ist der Mann mit der Rakete am Gürtel. Das ist ja wie ja Zukunftstechnologien, die werden uns dann irgendwann retten. Das ist so ein richtig, das ist das krasseste Beispiel für Discourses of Climate Delay. Dann in dem Kopfabschlusspapier steht zum Beispiel, da stehen auch wieder die alternativen Kraftstoffe drin, die berühmten E-Fuels, ja, also E-Fuels vielleicht einmal ganz kurz, E-Fuels sind auch so ein schönes, schon wieder FDP, sorry, Beispiel für so einen Delay-Diskurs. Man kann wirklich, ich habe mir das selber mal angeguckt, es gibt eine Firma in Wiesbaden, glaube ich, Darmstadt, Ineratec, die machen so Container-große Kisten, in denen wird aus CO2, das man vorher irgendwo herkriegen muss, das ist der Stichwort CSS, plus ein paar anderen Zutaten, erzeugen die einen flüssigen Treibstoff, der riecht ungefähr wie Tequila, ist so eine wasserklare Flüssigkeit, kann man im Auto, könnte man verbrennen wie Diesel. Aber erstens braucht man dazu flüssiges CO2, wie gesagt, das wechseln nicht auf Bäumen. Zweitens ist es natürlich, kostet es was, diese Dinger herzustellen, auch dafür wird wieder Energie eingesetzt und drittens, wenn man jetzt ein Auto mit E-Fuels betankt, hat man immer noch einen Verbrennungsmotor. Und ein Verbrennungsmotor ist immer so ziemlich die ineffizienteste Methode, einen Gegenstand zu bewegen, den man sich vorstellen kann. Weil bei einem Verbrennungsmotor das meiste, man kann im Motorraum eines Autos Fisch braten während der Fahrt, weil es da drin so heiß ist. Es gibt Kochbücher, wo drinsteht, Lachs auf dem Ansaugkrümmer für 20 Minuten in Alufolie eingewickelt mit Spinat, lecker was zu essen an der Raststätte. Finde ich nicht so attraktiv, gibt es aber diese Kochbücher. Und das liegt daran, dass eben der Großteil der Energie, die der Motor erzeugt, indem er Benzin verbrennt, verpufft eben als Hitze, sofort. 20 Prozent der Energie, die man in ein Auto reintankt, bewegt das Auto und der Rest heizt die Luft. Beim Elektroauto ist es umgekehrt. Da sind ungefähr 90 Prozent bewegen das Auto und 10 Prozent werden verschwendet. Also es gibt keine ineffizientere Art, ein Auto zu bewegen, als ein Verbrennungsmotor im Grunde. Und dazu kommt dann noch, dass E-Fuels eben Strom brauchen. Deswegen heißen sie E-Fuels. Man steckt da Energie rein, die dann aus erneuerbarem Strom kommen muss. Sonst ist es erst recht nicht CO2-neutral. Mit anderen Worten, also ich nehme den knappen erneuerbaren Strom, verwandle ihn dann mit großen Umwandlungsverlusten in eine Flüssigkeit und diese Flüssigkeit verbrenne ich dann wiederum mit großen Umwandlungsverlusten in einem Verbrennungsmotor und heize damit die Umgebung. Das ist also ineffizienter geht es einfach gar nicht. Und das gilt tatsächlich für Verbrennungsprozesse ganz generell. Bei Wärmepumpen ist es genau das Gleiche. Also eine Wärmepumpe macht eben aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Heizenergie. Das ist wie ein Wunder. Das ist bei einer Gasheizung ganz anders, weil auch bei der Gasheizung geht in substanzielle Weile eine Menge dessen, was man da verbrennt, geht durch den Schornstein und nicht ins Haus. Also Verbrennungsprozesse sind unglaublich ineffizient und Leute, die sagen, ich habe hier einen Verbrennungsprozess, der löst unser Klimaproblem, den sollte man von vornherein mit Misstrauen begegnen. Weil die einfach nur versuchen, sozusagen, die alten Verbrennergeschäftsmodelle, das Gleiche mit der Wasserstoffheizung, am Leben zu halten. Super, Christian. Vielen Dank dir. Wir sind so fast am Ende. Wir müssen ja irgendwie, der Jahresausklang steht jetzt hier. Wovon müssen wir irgendwie positiv abschließen? Ich hätte selber noch zwei Fragen. Im Chat hatte ich jetzt keine mehr gesehen. Einmal deine Einordnung jetzt dessen, was das Endergebnis der Kopf sozusagen aus deiner Sicht, du hast ja auch gerade erzählt, ist gerade gut im Thema drin, finde ich nochmal ganz spannend. Und vielleicht als Wissenschaftskommunikatorin, die wir hier sind, mit welcher Zielgruppe sollten wir dann am ehesten reden? Wen können wir da noch bewegen, dass wir vielleicht auch so zum sozialen Kipppunkt kommen, dass am Ende auch alle Parteien vielleicht ein richtiges Klimaprogramm vielleicht haben? Also ich glaube tatsächlich, bleiben wir mal mit dem Stichwort Kipppunkt. Also das Beste an dieser COP ist, also es ist ein bisschen absurd, dass es so lange gedauert hat und nicht 2015 da schon drin stand, aber es steht jetzt endlich drin, dass fossile Brennstoffe das Problem sind und dass wir davon weg müssen. Und ich persönlich finde jetzt ehrlich gesagt, Transitioning away from Fossil Fuels auch nicht so viel schwächer als Phasing-out-Fossil-Fuels, weil wenn man von etwas weg sich bewegt, dann ist man halt weg davon. Also das ist, diese Worte, die sagen im Grunde aus meiner Sicht schon das Richtige. Viele Leute sagen, da stehen wahnsinnig viele Schlupflöcher drin und so weiter. Das größte Problem ist natürlich, dass nichts, was da drin steht, ist irgendwie verbindlich. Was diese COP, glaube ich, und auch die Diskussion auf dem Weg zu diesem umstrittenen Absturzdokument sehr deutlich gemacht hat, ist, wo die eigentliche Konfliktlinie liegt. Das ist auch die zentrale These dieses Buchs übrigens, das ich geschrieben habe. Also das ist jetzt völlig klar. Es gibt einige wenige Staaten auf der Welt, Saudi-Arabien, Katar, Emirate, Irak, Iran, Russland. Wenn man diese Aufzählung, Aserbaidschan, wenn man die Aufzählung hört, merkt man schon, das sind jetzt nicht die Vorzeigedemokratien überwiegend. Es gibt einige wenige Staaten auf dieser Welt, deren Geschäftsmodell besteht im Fördern und Verkaufen von fossilen Brennstoffen. Und der Rest der Welt hat ein Interesse daran, dass es jetzt anders läuft und es ist billiger, es anders zu machen. Es ist nicht nur billiger, es stinkt auch nicht, es macht keinen Krach, es erzeugt keine Stickoxide. Alles an einer erneuerbar betriebenen und elektrifizierten Welt ist schöner als an einer verbrennerbetriebenen Welt. Und ich glaube, wir haben den Punkt, wo die Welt gemeinsam gesagt hat, da wollen wir jetzt wirklich hin. Den haben wir jetzt erreicht. Endlich. Es ist sehr spät, aber wir haben ihn erreicht und wir sind, was die Marktentwicklung angeht, in einer Situation, wo Elektroautos exponentiell wachsen, Speicher exponentiell billiger wird, Solarstrom exponentiell billiger wird, immer noch Windstrom exponentiell billiger wird und alle, all diese Dinge auch exponentiell wachsen. Und exponentiell heißt, immer schneller. Also das Wichtigste, was man jetzt tun kann, ist es den Leuten zu erklären, dass das wirklich so ist. Dass diese ganzen Argumente, ja, in Deutschland ist der Strom teuer und wir erzeugen immer noch viel CO2 und so, ja, aber wir sind gerade mitten in einem Umbruch. Und am Ende dieses Umbruchs wird das alles komplett anders sein. Dann wird der Strom billig sein, die Luft sauber, das Leben schöner und wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass wir den Planeten zerstören. Weil man muss die großen Parteien, insbesondere die Volksparteien, dazu bringen, wenigstens aus dem Weg zu gehen. Im Idealfall noch ein bisschen mehr zu machen, als aus dem Weg zu gehen. Aber selbst aus dem Weg gehen wird mittlerweile bei der Entwicklung, die wir gerade haben, schon ziemlich viel bringen. Ehrlich gesagt, also was sich da um das Heizungsgesetz drumherum abgespielt hat, ist gerade mal, das ist so das letzte Aufbäumen der Branchen, die gerade verzweifelt versuchen, ihre Absatzmärkte noch ein paar Quartale länger zu retten. Aber dass es eng wird, wissen sie, glaube ich, eigentlich mittlerweile alle. Und das ist für den Rest der Welt eine sehr gute Nachricht. Super, das ist eine wunderschöne Nachricht. Das werden wir also allen da draußen erzählen. Genau, und wenn wir da zu den Kipppunkten kommen, dann ist der 18.1., dann habt ihr eine wunderschöne Weihnacht verbracht, einen tollen Silvester gefeiert. Und Christian, ich bedanke mich ganz herzlich herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auch sehr schön, wenn ein Professor da hat, wird immer viel erzählt. Aber es waren viele Leute dabei, niemand ist ausgestiegen, habe ich gesehen. Danke an euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch weiter Spaß gemacht. Ein weiteres Jahr Wissenschaft fürs Wohnzimmer hätten wir uns auch nicht damals gedacht, als wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dachten, wir müssen ein bisschen mehr mal draußen erzählen, dass wir das so lange machen werden. Im kommenden Jahr machen wir weiter. Um 18.1. mit der lieben Ricarda Winkelmann, Professorin beim Pick in Potsdam, die uns was zu den Kipppunkten erzählt. In diesem Sinne, euch allen ein wunderschönes Weihnachten, ein frohes neues Jahr. Und dann heißt es dann wieder ab dem 18. Bis dahin. Ciao. Schöne Weihnachten.